Ja, Europa, dieses Europa, diese Europäische Union, die wir geschaffen haben. Gerade ich als gebürtige Französin, die das große Glück hat, das deutsche Volk im Europäischen Parlament vertreten zu dürfen. Ja, ich stehe dafür, dass wir diese Demokratie geschaffen haben, dass wir Rechtsstaatlichkeit in Europa haben und dass wir gegen diese Rechtsextreme, diese Rechtspopulisten kämpfen, die nur Spaltung wollen. Unsere Antwort ist mehr Demokratie, ist Rechtsstaatlichkeit, ist Zusammenhalten, ist Solidarität. Und darum zu kämpfen, das ist das, was wir erreichen müssen. Wir müssen diese Rechtsextreme wieder beiseite schieben. Wir müssen dafür sorgen, dass die europäischen Völker zusammenhalten, zusammenarbeiten und mehr Demokratie, mehr Gerechtigkeit, mehr Solidarität in Europa schaffen. Das ist unser ganz großer Auftrag. Und das ist das, wofür wir in der SPD auch kämpfen und auch weiter kämpfen werden. Und das ist das, wofür wir in der SPD auch hier sind. Vielen Dank.